Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 40 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 595 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017